Johnny Otten ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Laufbahn Als Jugendspieler des Hagener SV absolvierte Johnny Otten in der Saison 1978-79. in der DFBA-Junioren-Nationalmannschaft 17 Länderspiele für Deutschland. Als A-Jugendlicher wurde er am 20. März 1979 in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Amateure beim Spiel in Schwenningen gegen Italien berufen. Im Mai 1979 war er DFB-Akteur beim UEFA-Turnier. Der Abwehrspieler Otten begann seine Profilaufbahn 1979 beim SV Werder Bremen und erlebte seine größte Enttäuschung als Fußballspieler bereits in seiner ersten Profisaison. Zusammen mit David Watson von Manchester City und Thomas Schaaf aus der eigenen Werder-Jugend war er als Neuzugang an die Weser gekommen. Sein Klub Werder stieg erstmals aus der Fußball-Bundesliga ab. Otten blieb jedoch in Bremen und stieg ein Jahr später wieder in die erste Liga auf. Unter Trainer Otto Rehagel entwickelte er sich zu einem der besten linken Verteidiger der Bundesliga. Nachdem er 1982 im letzten Spiel einer deutschen B-Nationalmannschaft gegen die portugiesische Auswahl mitgewirkt hatte, wurde er 1983 von Bundestrainer Jupp der Wall in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen. Seine Länderspielkarriere endete jedoch nach nur sechs Einsätzen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich. Derweils Nachfolger Franz Beckenbauer holte Otten nie zurück in die Nationalelf. Seine größten sportlichen Erfolge feierte Johnny Otten im Trikot des SV Werder mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 1988, des DFB-Pokals 1991 und des Europapokals der Pokalsieger 1992. Im Sommer 1992 wechselte er in die 2. Liga zum VfB Oldenburg, wo er seine professionelle Laufbahn nach nur zwei Einsätzen für den VfB beendete. Später spielte er noch für BV Kloppenburg, SG Schönberg 1995 und den Rotenbürger SV. In 308 Bundesligaspielen erzielte Otten ein Tor, in 43 Zweitligaspielen zwei Tore. Weiterhin ist er mit Ho. G. Erstligastatistik der Feldspieler mit den meisten Spielen in der ersten Bundesliga, der lediglich ein Tor erzielt hat. Erfolge Deutscher Fußballmeister 1988 DFB-Pokalsieger 1991 Europapokal der Pokalsieger 1992 992 dim chief muchas gracias 2 15 is